Schlüssel Usg Ishimuro abteilung für wat? Kamera fuck Rechnung für reparatoren Auftragstag defekter forderer gyro Entrieu von schiffblblblblblblbl Was hat das jetzt hier mit zu tun? naja du machst mir keine angst jung weißt du was so läuft das ich meine man muss auch irgendwie munition sparen wenn du auch nicht so viel verballern wenn man findet später relativ wenig einmal vorbeigeschossen obwohl er vor mir stand war jetzt muss ich hoch zum beruf gibt kid so ab da rein so ne werkbank mit energieknoten können sie ihre waffen und ihre rig upgraden werkbank e energieknoten sammeln blablab so damit kann ich aber auch türen öffnen ach maus gibt es nicht gut trefferpunkte und luft schaden kapazität ach ja das war ja so zum baum das heißt zehn punkte kann man nicht ach ok zwölf schuss im magazin so jetzt kapier ich es und dann machen wir auch nochmal schaden drauf so jetzt können wir aber zurück gehen ne inventar ist voll nein du ein stück scheiß aaah aaah dat tat weh dat tat weh ok einmal zurück ach das kann ich nicht direkt benutzen nein ich habe zwei benutzt Mach mit noch mal ein ordentlich Drecksäck Dass der sich nicht treffen lassen wollte Oh, danke Das Spiel ist zu gütig zu mir Nein Kann ich hier nicht tot hauen? Arsch da So, wo muss ich raus? Ha Jetzt werde ich langsam, jetzt kriege ich ein nervöses Nervenkostüm Erschreck ich mich vor jedem Scheiß Oh Ich will Irgendwie an einem save point Nein Nein Okay Die gammeln immer noch da Was ist das denn? Aha Ich dachte gerade Komisches Werbeplakat Ja Speichern Speichern ist gut So Jetzt räumen wir die Kackplatine da rein Computer der Mono-Rail-Steuerung online Aufgabe hinzugefügt Wahrscheinlich hier Ja Zug rufen Guck mal Guck mal da unten ist doch die komische Tür Du hast sofort noch Vorschrift Mono-Rail fährt an der Flight Deck Station ein Quarantäne aufgehoben Ob das Alter Wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke Gut gemacht Seltsam Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben Was immer in der Flight Lounge schweißt jetzt weg Gut Isaac Gehen Sie zurück zu Kalien und bereiten Sie den Stab vor Wir sehen zu was wir auf der Brücke rausfinden können und kommen nach Wenn wir so lange leben Das ist doch wahnsinn hemmend Selbstmord Wir werden hier sterben Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zufrieden Miss Daniels Aber ich habe eine Mission abzuschließen Und genau das werde ich auch tun Mit ihnen oder ohne sie Verstehen wir uns Da war ich ja nicht Wenn wir uns gleich noch heben hier raus Okay Einmal zurück War richtig Nein, nein, nein Das war der komische Lagerraum Okay Du kriegst auch nochmal Gesägt zur Sicherheit Ach die sind schon auf Okay So So Oben Nach oben Nach oben ist nur der Kadaver in der Tür liegen Ne Wie flickert der denn jetzt so krass Naja Ich hab dich gesehen Ach, die können sich auch noch verteidigen oder was? Mach dich vom Acker! Wie fies! Dass sie immer einfach in den Rücken jumpt. Hier noch wer? Isaac, wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Uh, Speicherpunkt. Ähm, nochmal speichern. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, wie lange ich hier überlebe. Ja, okay. Jetzt kann ich eins benutzen, ne? Bevor ich eins liegen lasse, benutze ich lieber eins. Ich muss auch schon wieder was liegen lassen. Watt, wie, wo, wie, wieso, wua. war nur einer ja war richtig ich sollte hier wieder hin hier ist noch keiner dran durch das ding steuer schadensbericht ja alter Ich glaube, der Fluchtplan ist im Arsch. Ah, da kommt noch einer. Alter, das ist eine Nachricht. Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra. Nein, Hammond, das ändert alles. Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Käpt'n. Und, wo ist der Käpt'n? Hier ist der Käpt'n Benjamin Matthias. Aufenthaltsort? Medlab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Käpt'n, dann haben Sie auch seine RIG. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine RIG so schnell Sie kann. Was war das? Ja, ich darf die Arbeit machen. Das ist kein Ding. Solange die mir sagen, wohin ich gehen soll. Oh. Danke. Oh, nochmal speichern. Ja, ich speichere schon gern. So. Und dann mache ich hier mal eine kleine Unterbrechung. Und sage, bis gleich.